Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen. Wir sind unterwegs in Empire Bay. Und Joe, unser neuer bester Freund. Bla 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 bla. Ja, aber hey, jetzt wo du wieder da bist, wird alles anders. Und, weißt du schon, was du machen willst? Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich mein mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nein, nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Nettes Mädchen finden, Familie gründen. Bla 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 bla. Hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Okay. Danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, wenn wir ihn abholen. Okay, dann. Gehen wir Giuseppe mal abholen, hä? Das Rejacke sieht nicht immer noch für den Arsch aus mit ihrem Grafik-Bug. Aber naja. Aber naja. Es ist Winter in Empire Bay und... Was ist denn nun? Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern ein Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren, oder was? Okay, okay. Hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Ja. Mach ich ja. Wenn es richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe. Ich weiß. Ja, das kriegen wir doch hin. Autofahren kriegen wir hin, bestimmt. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hier hin. Kann ich mir... Dein Wegpunkt wird auf dem Radar angezeigt. Aber es gibt keine Linie, der wir folgen müssen, oder? Okay, und jetzt rechts abbiegen. Dann eine Weile geradeaus. Uh! Okay. Los geht's. Ah doch, tatsächlich haben wir so eine Linie. Ach. Kann ich irgendwie hupe? Achso, F ist aussteigen, glaube ich. Oder? Hey, langsam, nicht so schnell. Hey, Vito. Weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du's bezahlen musst? Echt? Soll's klauen? Das ist der erste Tipp, den er mir gibt. Soll ich mir ein Auto klauen? Ja, aber gut, der bester Freund. Fängt ja gut an. Es wird bestimmt ein Spaß mit dem. Na klar, hast du gesehen, wie wir um die Kurve geslidet sind. Siehst du, das sieht doch gut aus. Huhu, schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Ah ja. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Ah ja. Ja klar, machen wir doch. Willkommen in Giuseppes Laden. Ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles. Sogar gefälschte Waffenscheine und Armee-Entlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen zu lassen. Das ist doch praktisch. Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist wieder mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safe-Knacker in ganz Empire Bay. Immer Ruhe stand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaubt mir. Siehst du, was habe ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere wieder. Danke. Hier. Zack. Wir brauchen noch einen Satz Dietricha. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Ich? Ah, Dietricha. Oh, es gibt nichts anderes. Okay. Durchziehen. Also, der hat noch nichts anderes als Dietricha. Okay. Ich muss sie gleich mal ausprobieren. Hier. Nimm das Schloss hier. Du musst du den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte anheben. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss genau. Kinder spielen. Ah, okay. Habe ich es geschafft? Ja, habe ich. Keine Angst. Du kriegst den Dreh schon raus. Ich mache das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Ja, das klingt auch total praktisch. Aber wir können immer nur hinterher reden. So. Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Ja, klar. Oh, unsere Jacke sieht normal aus. Juhu. F halten, Q Scheibe einschlagen. Zack. Verdacht auf Autodiebstahl. Oh, oh. Drück drauf. Verstanden. Alter, das war genau. Ja, es ist noch nicht vorbei. Verdammt. Schauen Sie ab, schnell. Oh Gott, was ist denn hier los? Warum ist es denn hier, äh? Verdammt. Halt, stehen bleiben, Halt. Es jetzt? Verdammt. Warum ist er denn nicht, äh? Wir hätten ihn einfach umfahren müssen. Verstanden. Jawohl, jetzt haben wir schon einen Revolver besorgt. Los. Verdammt. Joe. Hier ist ein Weg, man. Wegs, jetzt haben wir jetzt schon mal nur Revolver. Ah, da ist die Werkstatt. Den Bullen im Nacken kann ich da nicht hin. Verdammt. Verdammt. Und jetzt? Schüttel die Polizei ab. Ach so. Aua. Okay, wir müssen es mit dem Auto fahren. Irgendwie raus im Auto rausschießen. Gut, scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Wir haben schon voll einen Arsch gemacht. Wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt sind. Uh, ist aber nicht billig. Keine Sorge, das geht auf mich. Echt jetzt? Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Hier, park vor dem Werkstatttor. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Zwei Meter gefahren und das Auto haben wir komplett zerstört. Ups. Ja, wir wollen Kennzeichen wechseln. Neue Nummernschilder. Kein Problem. Ja, klar. Es ist alles erledigt. Felgen wechseln. Wagen reparieren. Das ist super. Einfaches Tuning. Aha. Neu lackieren. Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Ja, irgendwas, was nicht so hässlich ist wie dieses Weiß. Tier. Türkis nehmen wir. Kennzeichen wechseln. Felgen wechseln. Wagen reparieren. Einfaches Tuning. Der Wagen ist voll getunet. Ging super. So. Ja, tschüss. Also es ist unser erstes Auto. Mal gesucht werden wir super. Umziehen muss ich mich also. Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Bruschi vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihnen gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Piss dich! Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Scham, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedern. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Würdest du für 50 Dollar mit mir ins Bett gehen? Aber mal schnell. Ich brauche die Kohle dringend. Oh Gott. Ernsthaft? Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Oh. Bitte. Ja, echt. Oh. Ist ja ultra schlecht, Alter. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Ja, echt. Das glaubst du doch selber nicht. Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. Ja, echt. Hallo, Kleines. Eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Ja, aber schlecht. Ja, der weiß es nicht. Dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Okay. Und ganz schau. Ich will lieber in den Waffenladen. Können wir nicht in den Waffenladen gehen? Es gibt einen Waffenladen, Freude. Gott sei Dank, es gibt wieder einen Waffenladen. Ich mag Spiele, die ich in den Waffenladen laden kann. Fah, einfach durch. Piss dich, Mensch. Mit von der scheiß Mafia. Hey, wen haben wir denn da? Hey, Mikey, wie geht's denn so? Hallo, Mikey. Wie wär's denn mal mit Händewaschen? Jetzt brauche ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt. Womit denn? Mit demselben Scheißlappen, mit dem du auch das Klo abwischst? Du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Ja, das stimmt. Ja, hat er? Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Und schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Ja, klar. Gott, verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Krieg dich wieder ein, sonst stoppe ich ihn dir an den Arsch und Nervensege. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Ja, bla, bla. Ich habe diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwar Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen nebener Barparken. Ich glaube, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Lone Star. Ist er nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse. Das ist doch das Risiko wert, oder? Echt? 400. Na schön, abgemacht. Okay, 400. Komm, hier fahren wir, Andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Wie kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht? Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaust also nicht, verstanden? Ja, klar. Hier, Vito. Nimm das. Oh. Hey, klasse. Außerdem, ich habe doch schon... Hey, Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar. Lass dich nicht abhalten. Ich habe doch schon eine Waffe von den Bullen. Dann mal los. Zieh auf die alte Kiste da drüben. Wie auch immer irgendwie... Ah, guck mal, kann die Reifen wieder abschließen? Das ist ja schon mal was. Ich will Joe mehr Munition zurückkommen. Joe, gib mir Munition. Hey, ich brauche mehr Munition. Aber klar. Hier, bitte. Danke. Piu, 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 piu. Ja, und jetzt? Achso. Hey, du schießt gar nicht schlecht. Hey, Vito, versuch mal, den Tank zu erwischen. Ist es da noch Sprint in der Karre drin? Dazu fällt mir ein Polaktenwitz ein, aber lassen wir das. Ach, dir an mir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Ja, sieh, ich wollte gerade sagen, ich habe doch den Kleinen von dem Scheiß Bullen. So, komm. Achso, F ist einsteigen. Muss ich mich erst mal dran gewöhnen. An die Tasse müssen wir uns noch ein bisschen gewöhnen, aber das kriegen wir hin. Wir werden ein super italienischer Gangster, glaube ich. Mama, wir gehen, klauen unser erstes Auto. Es ist gar nicht unser erstes Auto, es ist unser zweites Auto, was wir klauen. Einem Tag. Aha, Radio aus. Ich kann Radios nicht leiden. Oh, da sind die Bullen. Die werden also als blaue Dinge gemacht. Moment. Was? So. Oh, Scheiße. Die Bullen. Ich wurde getötet? Wann denn das? Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Achso, wir können, Scheiße. Das war natürlich unüberlegt. Wir müssen uns ja erst umziehen, bevor wir... Bevor wir die Cops, die suchen ja zwar unser Auto nicht mehr, aber natürlich uns noch. Hm. Aber warum hat der mich erschießen können einfach? Das war so, wie wir gekommen sind. Und dann auf dem Haupt-Highway nach Westen. Nicht durch die Stadt durch. Okay. Keine Bullen in der Nähe. Wollen Sie eine Waffe kaufen oder brauchen Sie nur Munition? Revolver. Ah, ich kann nur die zwei nehmen. Okay. Ist natürlich schade. Dann gehen wir natürlich wieder, weil die haben ja beide schon... Sind die hier eine Schrotflinte gehabt oder sowas. Verdammt. Schnell die Bullen. Ah, sie haben uns nicht gesehen. Sehr gut. Sehr gut. Also, ich denke, wir werden doch das ein oder andere Mal Stress mit der Polizei bekommen. Oh, wir haben Vorfahrt. Hier rechts rein. Ah, wie ist es, wieder hier zu sein? Super. Gut. Noch besser wäre es, wenn ich ein bisschen Kohle hätte. Ja. Nichts überstürzen. Geld allein macht auch nicht lütig. Ehe, kein so ein Scheiß. Echt? Ach, ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik wegen dem Geld. Der kleine Job hier ist bloß der Anfang. Falsch und schwimmst du in Kohlen. Ja, sehr gut. Sag mal, ist Sand Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein, nein, die Gegend ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Oh, ne Scheiß? Wie zum Teufel ist das passiert? Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Klar ist, das ist immer noch dieselbe Drecksgegenwied. Was ist ja nur ein paar Jahre weg. Das braucht viel länger, als es zum Viertel mal was wird. Die vermehren sich hier wie die Karnicke. Aha. Es ist sogar noch schlimmer als damals, als wir jünger waren. Was hat man gemacht? Wir haben jetzt sogar eine Gang. Wir heißen die gleich nochmal. Die Beamers, die Boomers, irgend sowas. Ist ja auch scheißegal. Oh, verdammt, ist ja toll. Sie haben nicht mehr Gang. Worüber was du mir Sorgen? Diese Tiere können nur Drogen verticken und sich gegenseitig umbringen. Lass dich von denen nicht, Lev. Und wenn sie es doch tun, dann hast du ja eine Knarre von mir. Ähm, sag mal, du hast jetzt eine Knarre? Wieso das denn? Ohne kannst du heutzutage keine Geschiffte machen. Vor allem in dieser beschissenen Gegend. Du, ich stelle mir wirklich jede Menge Vertrauen ein. Ja, echt. Das klingt alles total super. Was ist denn los mit euch? Kann ich euch das mit dem Auto rausschießen? Meine Fresse. Wow, hatte ganz vergessen, wie schick es hier ist. Weißt du was? Irgendwann kaufe ich mir hier was. Noch kein Tag zurück und schon ist ihm sein altes Viertel nicht mehr gut genug. Hey, nur die Ruhe. Man wird ja noch träumen dürfen. Die Gegend hier kann ich mir in 100 Jahren nicht leisten. Ja. Lust auf Shampoos? Aber die Kohle reicht nur für Bier. Aber Kopf hoch. Das werden wir schnell ändern. Ah ja. Es klingt also alles sehr gut. Ich glaube, wir können hier ein guter Verbrecher werden. Können hier gute Verbrechen machen. Viel Kohle scheffeln und sowas. Ups. Echt? Mach schnell und dann nicht sie weg. Wenn es sein muss, schlacken Fenster ein. Wir treffen uns dann bei Mike. Und wenn es Probleme gibt? Dann löst du sie eben. Sie ist einfach als Test. Wenn du ihn nicht bestehst, in der Fabrik brauchen sie immer Leute. Klar, war nur eine Frage. Viel Glück, Alter. Danke. Kann man es nicht. Gut, dass wir einen Namen haben, wo wir eine Jacke anhaben, wo unser Name draufsteht. Nichts, schau dir ein paar aufs Maul. Scheiße. Den Aufpasser-Schwarzen haben wir. Klau dein Auto, du Affe. Dich mach ich alle. War schon. Ich wurde schon wieder getötet. Verdammt. Verdammt. Da werden wir wohl uns erstmal eine Schießerei leisten müssen, hä? Hey, was machst du hier, du Arschgesicht? Ich schlag dich kaputt. Uah, Fasse. Aua. Ich weiß gar nicht, warum ich mich mit... Knall den Huren so an! Ich weiß gar nicht, warum ich mich mit dem rumärger. So. Ey, ey, guck mal, Alter, der klappt jetzt der Auto. Mann, Alter. Hey, was machst du da, du Wixer? Hey, was machst du da, du Wixer? Kopfschüsse, Freunde, Kopfschüsse. Wir sind ein verdammter Soldat. Ah. Komm schon. Komm schon. Wir sind alle dieselbe Knarre. So. Ich würde sagen, können wir in Ruhe das Auto knacken. Ich würde sagen, Okay. Und das ist alles wegen so einem kleinen schäbigen Auto. Jetzt habe ich schon sechs Leute erschossen wegen irgendeinem Auto. Also ich meine hier auch wegen so einem... Wegen so einem Pimmelgram hier auch. Naja. Da wollen wir mal. Ihr, guckt den kleinen Hobel da ab. Deswegen werden hier voll die... Alter, was ist denn mit dem Bulle los? Alter, rasten die alle aus hier. Die Kops suchen mich, die Bullen suchen mich, die Schwarzen suchen mich, alle suchen mich. Alter, was ist denn los mit denen, Mann? Dass die nicht auf die... Das gibt es doch überhaupt nicht. Was? Echt schon wieder von vorne, Alter? Das ist ja... Das ist ja ein bisschen nervig schon, Alter. Jetzt kommen die anderen Spinner wieder. Hey, was machst'n da, du Wichser? Hey! Hey, was machst'n da, du Wichser? Ich mach' dich alle, oh Mann. So. Die scheiß Bullen. Volles scheiß Out. Meine Fresse. Verdammt. Ist die Tür offen? Tut mir leid, Alter. Solltest du nicht mit der Schießerei durchrennen. Kopfschuss. Kopfschuss. Und jetzt schießen wir auf die da. So. Jetzt gehen wir verdammt nochmal. Umziehen muss ich mich langsam mal, glaube ich. Jetzt sind die, glaube ich, doch dann langsam echt auf uns aufmerksam. Keine Cops, keine schwarzen. Das ist doch mal was. Doch, verdammt. Doch, verdammt. Oh Mann. Alles klar. So ne kleine Sch... Ja, vielleicht gibt es nicht bis an dem Schnee. Ist das so? Hier, was geht denn mit denen ab? Ich hab' Auto geklaut, verdammt nochmal. Was ist das? Die Bullen und die schwarzen rasten einfach aus. Gibt euch, wie soll ich denn das noch jemandem verkaufen? Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Okay, das Auto fahren und so und was wir... Wo wir hängen bleiben und so. Da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen. Also ich muss mich da noch ein bisschen... Was? Ach so, es ist so ne Reifen kaputt gegangen, deswegen sind wir... ...auf die Bürgersteine... Oh, toll. Oh, toll. Wie soll ich denn so entkommen? Ich hab' einen, mir fehlt'n komplette Reifen. Wie soll ich denn da jemals von dem Korb entkommen? Da sind schon wieder die Bullen. Da sind schon wieder die Bullen. Oh Mann. Oh Mann. Das kann ja ein Spaß werden. Also ich denke, wir müssen uns natürlich da so ein bisschen dran gewöhnen und so. Und dann wird das alles... Und dann, glaube ich, werden wir ganz guter Verbrecher. Oh Mann. Oh Mann. Toll. Aber wir dürfen die Cops doch nicht zu dem bringen. Sonst wird er sauer, hat er gesagt. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hey. Auftrag ausgeführt. Wie lief's? War'n Klacks. Wenn man davon absieht, dass der Wagen ein paar Bimbos gehört hat, die mich umlegen wollten, als du weg warst. Ah, die Bombers wahrscheinlich. Hunter Street ist ihr Gebiet. Wegen der Vögel brauchst du dir keine Sorgen zu haben. Die hängen nur rum, klauen, reden scheiße und rauchen dope. Ah ja. Ja. Na dann wollen wir mal sehen. Hm. Hübsch. Keine Flecken. Sauber. Woher hat so einer Geld für so ne Kutsche? Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem. Hübsch. Ja. Total hübsch. Wie viel können wir gleich nochmal dafür zahlen? 600. Hahaha. Dein Kumpel gefällt mir, Joe. Hier sind eure 400 Mäuse. Kommt mal wieder vorbei, okay? Vielleicht ergibt sich ja wieder. Ja klar. Wir sehen uns, Mike. Ich schau bald wieder vorbei. Ciao, Mike. Okay, Jungs. Bis die Tage. Hier sind 300 für dich. 100 gehen an mich als Provision. Das nächste Mal kassierst du allein. Klasse. Danke, ciao. Na klar. Okay, fahren wir nach Hause. Ich bin fertig. Ja, ich auch. Mit den Nerven, Alter. Fix und fertig mit den Nerven, mein Freund. Komm schon. Ja, Leute. Und ich würd sagen, damit beenden wir unsere zweite Folge. Die verrückte Scheiße hier mit dem Auto ist ja... Achso, wir fahren erstmal nur nach Hause. Oder... Ja. Denke, müssen wir vielleicht sogar. Wir haben jetzt ein dummes kleines Auto geklaut. Und dafür gibt's hier direkt die Hardcore-Schießerei mit Cops und allem. Und unser Vito, der geht auch gerne mal drauf, haben wir jetzt gelernt. Du solltest den Highway nehmen, Vito. Okay. Machen wir. Gut, dass der uns immer sagt, wo wir hinfahren müssen. Hast du den Job sauber über die Bühne gemacht? Nicht übel. Ja, klar. Hast du das Auto gesehen? Ja. Ich hab den Krieg nicht überlebt, um in Sand Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ja, wahrscheinlich. Mach dir keine Sorgen. Das wird schon alles. Okay. Wenn du das sagst, Joe, dann will ich dir vertrauen. Du bist doch mein bester Freund. Also, was ist jetzt mit diesem Broski? Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkamm hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal ne Zeit gesessen. Ich hab gehört, was er damals Tankstellen überfallen hat. Hast du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlt? Nee, das lass ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl ne Menge Geschäfte. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß ihre Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Wegen der 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl. Man muss wissen, wie man mit diesen Typen umgeht. Und Mike ist ein Schmuse-Kätzchen verglichen mit ein paar Jungs, die ich nach deiner Abfahrt kennengelernt habe. Wirst schon sehen. Ah ja. Das klingt ja alles sehr vertrauenserweckend. Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. Du parkst deinen Wagen neben meim, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Ja. Diese Gegend ist nicht mehr das, was sie mal war. Ja. Sehr schön. So parkt man also sein Auto heutzutage in der Garage. Wir müssen jetzt unbedingt was anderes anziehen. Langsam komme ich mir blöd vor in unserer College-Jacke. Wie er dann immer schon da drinnen vor der Tür steht, finde ich super. Los. Ich wollte gerade sagen, noch ein zweiter hinterher. Oh ja. So. Wenn du hungrig bist, ist was zu essen im Kühlschrank. Oh ja. Die Tür zu hier. Kleidung wechseln. Das ist aber nett von ihm. Dürfen sogar was essen. Die ziehen wir jetzt an. Da suchen sie mich auch die Bullen nicht mehr. So. Ah. Wenn du isst und trinkst, kannst du Verletzungen heilen. Ja, das ist gut. Wir hauen uns mal so ein Sandwich rein. Oh, das sah echt lecker aus. Ich hätte auch kein so eins. Und jetzt trinken wir noch ein Bier. Nee. Bier. Keine Cola. Verdammt. Was ist denn los? So. Leg dich in der Küche auf die Couch, um zu schlafen. Gute Nacht, Joe. Äh. Ja. So. Kapitel 3. Das geht aber flott mit den Kapiteln. Staatsfeind. Joe's Apartment, 10. Februar 1945. Eigentlich wollte ich eine Pause machen, ne? Toll. So. Damit machen wir auch eine Pause, Leute. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und schönen Abend. Wie auch immer. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao. kanos GZN dannst's nicht ganz weit irgendwo. Wir sehen uns gerne zum和zen von Kamal. Nao? wo this tatsächlich hier also hat seine Seite hieromasse. Wir sehen uns. Wir sehen uns.